ARD Text im Auftrag von Funk Was machst du eigentlich zu dieser Challenge hier? Um deine Frage zu beantworten mit Marvin Vielleicht war das awkward genug? Okay So übrigens habe ich gerade gemerkt man soll try to love Hier ist super wenn man natürlich die English Guardian hat Wo man nicht lachen soll Was? Oh ne Okay besser versuche nicht zu grinsen Ich wollte gerade sagen wir haben die Regeln nicht ganz definiert Also gegrinst habe ich Nicht grinsen Nicht grinsen und nicht lachen Nicht lachen Griechen Nicht grinsen Okay Okay Interesting Okay Okay Es war nicht so schwierig nicht zu lachen Oh shit das kenne ich Nein da muss ich nicht lachen Alles gut Ja das kenne ich auch schon Ja Also get try to love Aber wenn man weiß was auf einen zukommt Und vor allem ich weiß wie dumm er sich anstellt Und oh Gott Ich hab mehr Mitleid Ich will nicht der Typ da sein Die lass die so fallen als ob er irgendwie Als ob er irgendwie eine Tasche wäre von Einkauf oder so Okay was war das jetzt? Die jetzt nicht geboxt Bruh Das war Das nämlich meine paradoxe Dimension Das ist Das ist Sorry jetzt muss ich wieder mit einer epische Fache Fache Santa Er fällt runter Bitte dass sie nicht runterfallen Er fällt safe so runter Er fällt so safe runter Oh ja ja er fällt runter Oh ja ja er fällt runter Der Bart hat sich verfall dich irgendwie Wart auf Oh shit Aber er hängt nicht direkt dran Nein nicht Alter damit kann er sich erwürgen Oh shit Okay also bis hierhin try not to love turns easy Außer das erste Da haben wir auch schon verkackt Aber hier ist Hier geht's noch Aber da kommt bestimmt noch Oh mein was zum Teufel Da kommt noch was ne Safe 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 Ups Er handelt da so rum Ist immer noch er Oh mein Gott Der Typ da draußen Oh er denkt ihn so Was ein Tag heute Was ein scheiß Tag Was Was What the flick Turn it on TV At home When it comes out the DVD And turn the sound completely off Bruh And then as your queen in the house Or you've got a party going on You need the kids to stay out But that'll make this a lot more That's how I had to watch incest porn What Yeah turn the sound down Then it's just porn I'm so confused Okay Ja Alles klar Die Reaktion von dem Typ in der Mitte Das hast du jetzt grad nicht gesagt oder Vor allem wenn wir Wir geguckt haben Das ist awkward Go 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 Seine Reaktion Der hat so geguckt wie Davon hab ich ja noch nie gehört Was Wovon redest du Ja Warum ist das grad die auflösen So Wovon redest du Ja Warum ist das grad die auflösen So Jetzt besser Oh 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 Ja das kennen wir doch Ja 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 Das ist ja mega aggressive Komm ich bin so scheiße Piss ich auf dich Ja Guck Er reißt ihn ein komplett mit Der Der wird komplett mitgerissen Der wird Guck Congratulations Fucker Ey komm ganz ehrlich Übrigens sagen wir schon beide wieder Fucker komplett lachen aber Da bist du pissig Da geht's um Geld Das ist ein Tournament Da wirst du richtig reden Wie süß so hören Nicht mehr gleich so süß Oh ja Hm Okay Oh mein Gott hast du es gerade gehört Ja ich hab jedes Ich hab aber schon Mit Hotel Room war schon Mit der Action Ja Oh Gott Übrigens wir sollten die Challenge abändern mit Wir dürfen nicht lachen sondern wir dürfen nicht quenchen Ja das ist ja auch awkward eigentlich Ja genau Ist ganz schlimmer Ja warte warte ich Warte 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 ich finde es auf einer Schauspieler Ebene gar nicht so schlecht Also ja irgendwie ist es awkward aber Aber er hat es Er hat es erstmal gut gemacht Das Joker Make-Up ist erstmal gut Äh findest du? Ja Vielleicht liegt es auch daran dass Hier das Video nicht zu 100 Passt Das habe ich nicht gehört habe ich nicht gehört sorry Machen wir kurz Pause dann höre ich es richtig Vielleicht liegt es daran dass die Auflösung nicht die allerbeste ist Und dass man nicht jedes Detail sieht aber Haare on point das Lachen ist creepy Ja aber Ey die Gasting was er gemacht hat das war nicht geil Aber an sich sieht es nicht so beschissen aus Aber ich bin halt echt manchmal ein bisschen zu tolerant Ja Gib ich zu So jetzt schnauze ich weiß Ja Achte mal Jetzt What's wrong with you man? Hast du gerade gehört? Achte mal warte Oh shit oh das war aber ein creepy smile ey Pass auf pass auf Ich hab's gehört What's wrong with you man? What's wrong with you man? What are you doing? Aber das ist ein creepiges Lachen Boah da hätte ich Schiss vor Boah da hätte ich Schiss vor Boah das Ding nicht Boah das Ding nicht Aufgrund von technischen Problemen müssen wir ganz kurz gucken dass der Ton wieder lauter wird Ja Hä? Warum geht das nicht? Ich will Guck was auf Dann machen wir's anders Bis jetzt haben wir alles gehört Ist das Ist es wichtig das ganz noch zu hören Ist das Video ist das Video Es war schon vorher awkward Es wird jetzt auch noch awkward sein Darf ich dir sagen dass er Also warte auf Du hast es gerade gesagt Die Situation ist Die Situation ist cringe Aber das war nicht schlecht gemacht Das war im Prinzip gerade vom letzten Joker Das war vom letzten Joker Movie War schon Das war schon gut gemacht Ey mit deiner uncontrollable laughing condition Das war Das war schon nicht schlecht Ich sag ja nicht dass die Situation Das ist cringe Aber das letzte hier war gut gemacht mit dem Lachen Doch Muss ich ihm lassen The ladies are ready The left side is ready I mean it gets no bigger than this And it's almost time You see the stars are filling up That's the band is coming here The lights are getting brighter I mean what mores do you want man It's getting ready to happen That's right The 50th annual Grammy Awards Are getting ready to start Jetzt Ich wollte gerade Nein wir lachen doch Scheiße Und der Typ muss da noch sitzen Und der muss da immer noch stehen Und der hat schon zweimal abrotoriert Und der hat einfach so keine Ahnung Genau jetzt Als ob du steuern könntest Wann das anfängt Oh man Oh man Okay Ist das noch unabsichtlich? Oh ja, das fühlt sich gut. Das ist nicht... Das ist nicht unabsichtlich. Nichts da dran war unabsichtlich. So, listen, listen, this is a good one, too. What's Trey's song, new song called? Ja. You guys know? No? No? Na, 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 na. No? Uh, na, na. Ba, na, na. Bro. Ja, Freude. Oh, das kenn ich. Ja, ich will's dir nicht spoilern, aber der Typ, der tut mir jetzt so leid. Oh, nein. Oh, ist das furchtbar. Ja. Oh, mein Gott, hat die gerade diesen Bro-Shake? Ja. Ach du Scheiße. Oh. Oh. James, here's the deal. Don't tell us much on the property. If you come on the property, you will be arrested for trespassing. You understand that? Sure, no problem. I understand. You're free to stay out of here on the sidewalk? That's fine. No problem. You can have one there. And if you do, I will come back and take you to Joe. No problem. I love that place. Okay. Are you ready? No, I haven't committed any crime. Alright. Okay, James. Have a good day. You seem to know who I am. How do you know me? I don't know you. I don't know who I am. Oh, I don't know who I am. Oh, der Blitz ist so sauer gerade. Man merkt das richtig. Der ist kurz vorm Punchen. Er ist richtig sauer, aber er darf halt nichts machen. Ganz ehrlich, was für ein Wichser an der Kamera. Ja, komm, komm, komm. Ich bin ja eben so richtig. Nichts mit awkwardes Entschüss. Das Einzige, was der gerade tut, ist Selbstkontrolle zu haben. Und dir mit der scheiß Kamera nicht irgendwas zu drücken. Du provozierst dir bis aufs Blut. Und der Typ bleibt so ruhig. Das rechne ich dem gerade richtig hoch an. Ich weiß. Alter, ist das eine Selbstbeherrschung. Nein. Man sieht richtig, wie wütend der wird. Also für mich nichts mit awkward. Für ihn, awkward für den, der gerade filmt. Ich find's krass, wie er nur so ruhig bleiben kann. Richtig gut. Richtig gut. You go, buddy. Oh, what? Oh, God. Ah, pass auf gleich tanzt der Grüne mit dem Roten. Das wär's ja noch. Wenn der Grüne mit dem Roten tanzen würde. Oh, my God. Player 3 endet der Game? Und sie ist weg, sie ist weg. Ich hab nichts mit dir zu tun. Ich hab nichts mit dir zu tun. Ich hab nichts mit dir zu tun, aber du warst nicht. Ja. Ich hab nichts mit dir gemacht. H着 die Haut gefんな wird. Ich hab nichts mit dir gemacht. Du hast du jetzt gemacht. Du bist ein Designer, die du von seinem Ausblasen machst. Du bist eine Art von deinem Körper. Ich weiß nicht, ob du das willst. Okay, das ist ******. Ich bin sorry, aber du machst so viel Zeit auf diese ****** Prodigieren. Okay, beruhig dich, du. Beruhig dich. Oh mein, das war total das Gegenteil von den Polizisten. Komplett das Gegenteil. Oh shit, das kenn ich übrigens auch. Die Kleine, die tun mir richtig leid. Oh ja, versuch's doch nicht. Geh weg, geh weg. Sie hat ein klares Signal. Jedenfalls, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und natürlich den Kanal abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.